Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation der Special Features des Sony KDL55W905A. Neben der makellosen Optik mit rundem Standfuß und schmalem Rahmen überzeugt Sony mit einem Triple Tuner nebst CI-Schacht und vier HDMI-Anschlüssen. Ebenso besteht die Möglichkeit drei USB-Geräte anzustecken sowie eine Verbindung über den optischen Digitalausgang mit dem Verstärker herzustellen. Das Bedienelement auf der Rückseite ist übersichtlich aber funktional aufgebaut. Der X-Reality Pro Bildprozessor erhöht die Bildschärfe, indem dieser eine Kontrastanhebung von benachtbarten Bildpunkten durchführt. Dies ist besonders im Vorher-Nachher-Vergleich zwischen dem linken und dem rechten Bild ersichtlich. Selbst die ungewollten unterschiedlichen Farbverläufe reduziert und glättet die Sony Bildelektronik ohne dass ein Schärferverlust im Bild entsteht. Die Bildverbesserung, die Sony als Triluminium bezeichnet, soll für lebensechte und lebendige und intensive Farben sorgen. Im Test zeigte sich aber, dass vor allem bei Grüntönen ein zu intensiver Effekt entsteht. Auch Gesichter mit einem zu hohen Rotanteil wirkten etwas übersättigt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.